Hier ist wieder eine Geheimaufnahme, die Polizeistreife bei Erlbach. Die Polizeistreife war ich für Neubau und die Schütze und den Brustmesser. 27.02.1968, der Bäcker und die Kirche. Da liegt die Katze auf dem Auto. Wann kommt die Winde zu mir? Ja. Die Pizza ist. Ja. So, lass den Hund ausführen. Was ist denn da los beim Wirt? Da sind ein Haufen Leute. Das ist der Gasttäter. Ja, und der muss jetzt stehen bleiben. Das ist Kirche von Erlbach. Und ganz was Schlimmes kommt jetzt herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Erlbach. Das ist der Kirchmastuhl. Das ist, das kannst du dir lesen. Das ist der Kirche von 20 bis 30 Jahren. Blumenschmuck unten, da war Blumen drin. Um Erlbach. Herzlich willkommen in Erlbach. Grüßt seine Gäste. Und was ist. Keiner weiß, wenn ihm das gehört. Da sagen sie, Kühe mir. Die sind weg. Normalerweise ist das eine Gemeente Sache. Da haut er einen riesig, gell. Und das ist das Kaffee Isabella.